Wir sind heute Abend mit dem Zukunftspaket mittendrin im Markt der Möglichkeiten auf den Jugendpolitik Tagen 2023. Man sieht es auf den ersten Blick. Jugendbeteiligung findet statt. Jugendbeteiligung ist wirksam und Jugendpolitik macht auch richtig viel Spaß. Ich finde es unglaublich cool einfach zu sehen, wie die ganzen Jugendlichen so irgendwie sich für was einsetzen wollen und das so toll finden und dafür so brennen und das finde ich einfach unglaublich schön, ja und deswegen bin ich gerne hier und schaue mir das gerne an. Danke dir. Danke dir, vielen Dank. Bestimmt habt ihr noch ganz viele Ideen, die Wirklichkeit werden können. Deswegen gibt es das Zukunftspaket. Wir freuen uns auf eure Fragen, eure Projektideen und eure Teilnahme. Danke dir, vielen Dank.